Hallo und Willkommen zu einer Folge Minecraft Käfig zu der zweiten Folge Ja Minecraft wir sterben die ganze Zeit Voriger Folge haben wir eigentlich alles gemacht hier wie gesagt rechts oben beim i ausstecken hier Wir haben hier das Ding Schwert Ja aber ich glaube die nächste ist echt nur Diamonds finden oder? Ja warte ich schau mal Diamonds finden 1 Kilometer am Rail Dingson Ja aber geht das wenn du einfach in Kreisfast die ganze Zeit zählt das? Ja ich glaube doch das zählt glaube ich Komm zu mir komm zu mir schnell Was? Oh oh Nimm alles was ich hab Das wars Was? Versterben Warte nimm das Schau ich hab ein schönes Leben gehabt Ich hab mich gerade runtergeraben Wow Was? Ich hab mich halb aus Ja bleib an Bord Ich hab mich halb aus Äh Bleib eingebaut ist es besser Es ist besser Ich nehm ein Ich nehm ein Das ist noch ein Das ist noch ein Skeletor Und äh Wow Ok Ok bitte hilf Äh Ok schmelzt immer unser Eisen oder? Äh Nein Bitte macht es nicht Wir sind gerade dezent viele Monster ja So ich komm an Die Monster hören sich nicht so erfreulich an Ich probier mal hier ein Skeletor zum killen Wow steht direkt vor mir Ok Ich hab's Ich seh Es ist richtig viel loot Ich hab zwar alles von dir Die ganze Zombies sind jetzt stuck im Dings Im Copweb Das Ding ist Ich bin über dir Hallo Oh hi Bei mir ist so eine kleine Treppe runter So hier ist ich richtig für alles nämlich Ich baue die ganzen dummen Copwebs ab Ich hab schon das Leben gehabt Nice So ähm Ich kann gleich die Spielzeuge wieder zurückgeben Wir brauchen das Clay Glaub ich Da irgendwie Oh ist meine Spielzeuge Alright Das ist schon ein Eisenspielzeuge Ja wir brauchen nur mehr Diamonds eigentlich Ich hab keine Eisenspielzeuge Aber ich hab Eisengeschmolzen oben Ich hab kurz ausgesetzt Hier geht's weiter Hier Ich seh noch was Warte mal ich grab mich mal rüber Ne ist nix mehr Ich kann aber wir leben auf kleinstem Raum eigentlich Ja 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 Irgendwie finde ich das cool hier die Map So hier wieder Kohle Alright Ich würd sagen weiter runter graben eigentlich Ja grab du dich auch woanders runter Hier ist was Wir brauchen so ne kleine Stiege auch gell Also nicht vergessen Hallo Mal Was hast du gefunden? Äh hier nix so n Dings So dann kann man hier weiter runter gehen Nice Hier ist ein Creeper oh man Ein Creeper oh man Ein all man Creeper Ähm Oh 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 man Absicht Absicht genau Äh so dann Können wir eigentlich Können euch immer Ebene pro Ebene einfach komplett ausbauen eigentlich Hier sind richtig viel Creeper So Äh wenn ihr irgendwelche auch solche Tipps habt Ob das irgendwie die Map schon mal gespielt habt Oder irgendwas sowas Einfach in die Kommentare schreiben Lass doch nicht spoilern Ja Nicht spoilern am besten Ich hab Pilze Einmal irgendwelche Tipps hier Pilze Hast du wieder dann Pilzkau äh Pilzkau Pilzkau Oh Pilzkau Jo mal ihr habt die Pilzkau gemulten Wir haben wirklich die Pilzkau Äh so So Ist da vorne noch irgendwas Ähm Ich glaub es ist alles wichtig für später Wir brauchen Ich glaub Lapis brauchen wir für Dings zum Färben Ja 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 aber so weit können wir gar nicht gehen Also die Mandeln Findet man normal Allwesend auf Höhe 162 Ja Lass ja auch Lass ja auch Lass ja auch weiter runter graben Ja gleich kommt die nächste Miner Na 162 Ja lass noch weiter runter Ja weh tief gell Das Eisen Ja das ist die Kuh Wo ist die Kuh Also das ist die Kuh Es hätt noch schmelzen können So Ja aber Da müssen wir einmal Ohne zu sterben hochkommen Ist wieder Eisen Das ganze Eisen mitnehmen Ich hab so viele Monster Wenn du da runter fallst Stirbst du Runter Könnt das schon Eiserhustung theoretisch machen Obwohl So Können wir wirklich eigentlich Was soll ich dich jetzt schubsen Warte warte Der Kripp muss explodieren Oh Nein Wow okay Läuft Wow 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 Oh mein Gott Ich hab deine Sachen Nicht die ganzen Creeper explodieren lassen Pass auf Pass auf Ich komm schon Ich komm schon Ich komm schon Hier sind richtig viele Creeper spawned Oh mein Gott Oh wir brauchen einen Weg Ich hab's ich hab's Hier sind auch richtig viele Creeper Flo Hier sind überall Creeper spawned Wir brauchen einen safe Weg nach oben Oh Ganz oben Da sind tausende Creeper spawned Loil Der Creeper hat einen Diamond gesprengt Was Oh lol Der lag lag hier Ich hab all den Items Nice Okay 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 Äh Er käme mal irgendwie Äh Nee Wir könnten auch wieder hoch gehen mal Ich hab richtig viel Oder ich warte Ich bleib Nimm du den Diamond Ich geb dir alles Wichtige Und ich schau weiter okay Alright alright No Diamonds to you okay Oh lol stimmt's Das ist wieder so ein Achievement Ja was geht das nächste Enchantentable Wir brauchen noch ein Diamonds Äh 32 eisen Diamonds Äh Obsidian No we need to go deeper Genau ins Nether können wir auch gehen gell Stimmt Was Ins Nether nachher Hast du genug Coins für den Craft & Table Ganz wichtig Äh ich hab gar kein Tolles Aber oben Aber oben Ähm Ist jetzt erweitert eigentlich Warte 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 Dann ich mach ich ne Eisenspitzacke Ja stimmt's Achst du noch ein bisschen Coop Ja gut Warte ich kann ja eigentlich Granit da Wo ist der Hochgang nochmal Hier Ja dann geh ich weiter runter Ja es ist schon lustig Irgendwie noch mein Also dass du noch irgendwie dir es findest jetzt Ich baue nochmal Einen Savegang Ja oder irgendwas Vielleicht der Chest mit irgendwas Ja ich schwelze das ganze Eisen dabei Dann können wir vielleicht Auch noch Eisenrüstung machen oder so Das wäre ja relativ praktisch Ich glaub hier ist ein Raum oder so Komm mal runter Oh nein oh nein komm nicht runter Warte ich musst du erst essen Warte kurz da Hier ist wieder Eisen Aber oben ist ein Creeper Ich hoffe ich sterb dann nicht gleich Ich mach mir jetzt Rüstung Ok Kohle haben wir eh noch Das können wir nachher eigentlich bauen Du musst überall überall wo du willst Das ist keine Monster spawnen Musst du ausleuchten Ja okay Weil sonst spawnen überall Monster Naja kannst du so ein Effekt irgendwie Hast du auch so grünen Dings Hier ist irgendwas Cobblestone ist hier Cobblestone Und oder Eisen Ich hab keine Ahnung Vielleicht wieder so ein Monument oder irgendwas Mein Steinspitze Geist bald kaputt Ich hab noch zwei Schallplatte bekommen Vom Creeper Alter Das ist so viel Ich glaub das wissen die meisten noch gar nicht Wenn man glaub ich Ein Skelett Und Creeper Killed oder so Das ist eine Schallplatte Das war früher die einzige Möglichkeit Ein Dungeon ist da Eine Million Skelette Du willst nicht hochkommen Ne Ich muss einen neuen hochgang bauen Es geht nicht Wir sind so viele Wow Die hitten mich durch die Wand Komm runter Komm runter Ich muss unbedingt einen neuen Aufgang bauen erstmal Ich muss erstmal schmelzen hier Hey wo bist du Hast du auch noch Dings Ganz oben Komm mal hoch Hier sind richtig Tausend viele Dings Monster Kann ich die noch irgendwie hoch Ganz oben Ganz oben Warte mal Oh mein Gott Ich sollte mein Fleisch schmelzen Ok Ich bin da oben Ok hier ist erstmal ein Nichter Ich baue meinen normalen Aufgang weg hier Ich hab jetzt einen normalen Aufgang gebaut Hier sind tausende Da bist du Tausende Monster hier Oh Leute Da Ja weil Weil die Welt einfach richtig eingeschränkt ist Unsere Pilzgur ist hier Ja ja warte Ich geh mir hier hoch wieder Oh oh warte So Oh ich dachte grad Hier oben ist ein Creep explodiert Ähm So Eisen Ok warte ich bin hier oben Schmelzt das ganze Eisen Hier wieder Hier ist wieder Holz Stimmt Ich hab eigentlich auch stimmt nicht viel Ich sag jetzt alles ein was ich hab Ich kann jetzt schon hoch gehen Oh ja oi Ja komm mal Hier ist schon eine Leiter wo man ganz hoch gehen kann auf der Seite Was Ganz auf der Seite Leiter kann man hoch gehen Es sollte eigentlich schon ein Chest oben sein oder Kann ich da schon hin Wir brauchen noch ein einziges weiteres Achievement Wir könnten wir die Leiter nehmen Warte Wir haben ein Achievement wo wir ein Skelett von 50 Meter entfernt um killen müssen oder Ja 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 Ich glaub das zählt wenn du 50 Breaker über dem bist Kann das sein Wir brauchen irgendwo auch Na gut Dings Kann man nicht platzieren Doch die Leiter funktioniert schon die Checkpoint Leiter Ja 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 hab ich schon Exakt hier Alright So Ich dachte beim nächsten Äh ja die fuchsiert schon Ähm So da oben Wir brauchen noch bissl Wir brauchen noch bissl Sieht immer Hey du schmilzt gerade erstens Alles oben Ja 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 da oben ist sogar Leute ich seh ich seh Blätter da oben Vielleicht wird Kann man da mal hin Bei mal bis dort noch eine Weile Was ist der nächste hier Requires enchanter overkill Müssen obsidian finden froh Ähm Wie finden wir obsidian Obsidian Ja Lava und Wasser Und Dierspielzeuger irgendwie Äh Bogen Sniper Duell Woher hab ich ein Kohleblock Von Morden 50 Meter Okay Ähm Big breath Ich glaub das nächste ist eigentlich Äh Portal Und enchanter Einfach Dann kriegen wir drei weitere Dings oder so Aber ich bin schon richtig low Ich geh mal eine Eine Kuh Komm zu mir Komm zu mir Komm zu mir Du hast gewusst dass man eine Dings Scheren kann Eine Äh Kübiskuh Würde ich schon sagen Eine Dings Kuh Dass man die scheren kann Kann man die scheren? Ja man kann die scheren Dann kriegt man Pilze Da ist Steak drin in dem Okay nice Ich hab hier noch ein Band Auf Arthrobots Schwert hier Ich hab auch einen Bogen theoretisch Äh Womit 32 Pfeile? Äh Keine Aung Wahrscheinlich Irgendwann Ich hab auch noch Neugruppen einfach Dings Aber das ist schon richtig viele Öfen Okay lau Also hier brennst du schon Ich hab richtig viel Öfen Wir machen Power schmelzen Power schmelzen Eigentlich kann man hier so eine kleine Base richtig anbauen Einmal Bauen wir irgendwas Haben wir noch ein Spitzherker Kannst du noch ein Spitzherker Warte mal Ich kann schon Ich hab schon So Wir haben sechs Goldnuckets Ich glaub das müssen wir sammeln So Alright Komm jetzt mit runter unten Ich hab ein Dunstück gefunden Mann ich bau mal da oben zu Dass wir das schön haben So Alright So So Oh Oh Ich bin richtig low Ich brauch noch Essen So Nehmen wir mal Steaks Äh Oh Was? Oh mein Gott Oh mein Oh mein Oh mein Oh mein Creeper Oh mein Creeper Oh mein Oh mein Außer wenn du schaufel Angeln Soll ich mal dingsen Kannst du eigentlich Warte ich angeln Ich angle jetzt Wo kannst du angeln Oder wollen wir runter gehen gleich Ah warte kurz Ich glaub da ist grad ein dicker Oh Ein dicker Oh Ein dicker Hey warte Grab mal tiefer So ich glaub dann hab ich höhere Chance Okay ich fall die Kuh rein Höhere Chance Ey kann man eigentlich irgendwas angeln in dem nennen oder? Doch eigentlich schon Musst du warten bis es runter geht eigentlich Oder? Ja gar nicht Ich hab das Wasser platziert Ich glaub das geht nicht oder? Ich weiß es nicht Erstmal weiter runter gehen und unten nochmal schauen wegen Diamanten The Diamants The Diamants Demenz dein Ich bin schon richtig low Warum bist du richtig low? So Ey du musst da runter wo ich war Ja wo ist der runter wo ich war? Ich glaub du bist grad eh da Ja So Ich glaub Loin hier ist die Dungeon Ja den mein ich ja Ich hab aber noch rengeschaut Seeds Loin wenn man Seed kriegt Dings Name Tag Ich glaub wir brauchen Seeds für die Kuh oder? Und das brauchen wir auch So Oder was brauchst du damit du kürze Weeds Also das Was ist das? Ich glaub das brauchen wir Doch Red Hard & Clay Aber das haben wir schon Ich sing was anderes Sing Monument Wow Oh Oh Loin Schau mal Schau mal was grad passiert ist Ich baue den Block ab Wirklich auf einmal Bob Und ich kill Na Ein Herz Oh mein Gott Das ist ein Ultra stark in der Modpack Ah nicht Modpack 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 Rodi ist ein Stronghold Bei mir ist Wasser Bei mir ist Wasser Oh man Creeper Creeper oh man Der Soul Sand Wow Okay war im Wasser Alles gut Alles gut Oh Wo ist die Exe Ich weiss nicht Ist das richtig Das ist eine Kanalisation Ich habe eine geheime Kiste gefunden Oh mein Gott Wie lucky Hast du es gefunden? Schau mal Ich habe da keine Aufgaben und habe die gefunden Oh lol Feather Feather Falling Chain Boots Das kann ich nehmen Cookies Noch mal Pfeiler Ich habe so einen Geheimgang wo ich gerade bin Wirklich? Ja schau mal Oh lol Ist irgendwas Hier war der Creeper der explosiert ist bei mir Ey wo ist die Hexe? Wir brauchen noch da Hier ist wieder eine Schiss Wieder eine Schiss Wieder eine Schiss Torn Äh lol Slime Bälle Slime Bälle Hab die Hexe Oh nice Oh man Und Tornen Dings Chainmail Dings Äh Hose Was brauchen wir? Was ist unser Ziel gerade? Diamanten Diamanten Diamants Noch am besten Ein Jumping Table Nice Ich brauche unbedingt Da vorne ist wieder das Skelett Das ist Bambus Bambus Oho Es geht von anderen Es geht von anderen Seite Es geht von anderen Seite Es geht von anderen Seite Hilfe Da Sicher Ja Ich brauche ein Zombie wieder Es ist noch nicht Chess Es ist noch richtig viel Chess Es ist noch richtig viel Lot Also die Geheimen Ja Ne Es ist generell Silberfisch 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 bei mir Alles gut Ja du musst aufpassen Die sind hier Protektion Ist eine komplette Rüstung drin dann eigentlich Protection 1 Dings Ach, habe ich da mehr eigentlich? Doch mit Eisen habe ich glaube ich mehr Brauchst du noch eine Brustplatte? Eventuell Ich habe schon wieder Es sind richtig viel Wow, wir spawnen einfach Zombies Hier sind irgendwo Spawner Ja wahrscheinlich unter der Map Ich weiss nicht Woher ist? Kommt das Wasser Ich weiss nicht Hier sind überall Kommt alles irgendwie Okay Hier ist ein Spawner Zombie Spawner Ich baue den gerade ab Ja, pass auf So Weil die Zombies Die fokussen alle auf dich Ja ist so komisch Ach, hi Hi Ist hier noch irgendwas? Komm mal runter Es sind zwei neue Kisten Hier ist auch noch irgendwas Woher kommen die Zombies? Die Zombies? Ich habe keine Ahnung Spawnen selber glaube ich irgendwie Schau mal Eine Kiste Enchanted Book Flame 24 Gold Nuggets Nice Und noch eine Ich weiss nicht was Gold Nuggets bringt Äh, ja Gold Apfel müssen wir craften Und Nordschapfel Stimmt, gell? Ich habe schon 23 Äh, wir könnten noch weiter runter Ja, wir sind noch weiter runter Wohin? Craften noch? Craften Wir sind noch weiter runter craften Wo sind wir kommen? Lass irgendwie so ein Dings haben Hier sind Knochen? Ich habe es gefunden wenn du zu mir kommst Was hast du gefunden? Ein Schleim Spawner Ein Schleim Spawner Ich habe Schleim Bälle Ja, so schon Weitere runter graben Graben Craften So Wir müssen lang bis wir bei Höhe 16 sind Für Diers Aber du weißt ja nicht ob die Diers So schon gespawned sind Ich ist Gold Oh nein ich creep auch ein Oh nein nicht jetzt Lol What da? Bitte nicht stoßen Oh Ah Oh mein Gott Ich habe etwas überlebt What a MLG So ist ein Spitzer Ist gerade irgendwie weg Alles gut da unten irgendwie? Nö Ich kann die abbauen Wir sind Esmeraldos Hier unten ist auch richtig viel im Rolls Richtig viel Hier sind Chests auch Oh oh Ey ich mach die Hier sind irgendwo Skelette Ich habe ein Dark Oak Sapling Ich habe ein äh Sapling Ey ich leuchtet alles aus was hier ist Ist mir egal Ich weiß wo die Spawner sind Hier ist der Chests irgendwo Ich muss irgendwas wegschmeißen Ich muss irgendwas wegschmeißen Ich muss irgendwas wegschmeißen Ich bin schon fast Dirt wegschmissen Das ganze Mossy Dings Es ist richtig viel Lol Ich weiß dass du mir ein Skelett gleich runter schießt irgendwie Ich muss aufpassen So Kommst du runter? Ich probier's Hier ist auch ein Creeper Bei mir ein Creeper Oh man Die meisten fokussen mich Oh nein Manche fokussen mich nicht Ich baue mir hier irgendwie eine Treppe Versuche ich mal hier irgendwie runter zu bauen Mach mal Hier sind über 20 Creeper Schaffst du das irgendwie? Ich lass die aber explodieren oder? Ja Ist eigentlich eh egal ja So Oh mein Gott Irgendwie hier hoch kommst du auf meiner Ebene dann Ich glaube es sind fast halt Hier ist ein Spawner Irgendwo hier Alright von hier kommst du Oh lol Von hier kommst du schon nach ganz oben Ja da ist ein Spawner Ist richtig viel Gold auch lol Für den ganzen Goldäpfel brauchen wir das Nicht viel Emeralds Glaubst du da irgendwann gibt's Villager Ich glaub schon oder? Ich weiß nicht Vielleicht spawnen die oben Nach jedem Nach allen paar Tiefeln sind die auch die Pilzgekspawnd Kann es sein wahrscheinlich Ich seh ihn nicht Ich seh ihn nicht Ich seh ihn nicht Na Das ist sehr schlecht Ich hab Clay gefunden Ich glaub Clay ist überall Kann das sein? Ja ich hab Auch Creeper irgendwo Ist das Creeper Bedingen wir rein Und Tobes ist grad irgendwie gejoint nehmen wir Cool Äh Alright Ist irgendwas unten Schau dass du irgendwie Dears findest Hey komm nicht zu mir Ja keine Ahnung da ist absolut gar nix Ist noch Dirt Ich weiß nicht ob man irgendwie Dears Oder ob die erst oben spawnen Ich hab Redstone Weil hier ist auch ein Chest gell Ist auch ne Chest Aber für die Chest die lebt Bei mir brauchen wir gefühlt 20 Achievements Hier war grad ein Creeper der fast die Chest weg springt Das war sehr knapp Dschungel Sapling Okay Ich hab ein Endportal gefunden Lol was? Endportal Ja da brauchen wir mehr Achievements Schau ob du noch irgendwo Chests da findest du unten Ich geh mal hoch Okay Es sollten noch irgendwo Chests sein Da war ne Chest Soll ich ne Ladder machen? Ja Ladder wäre nicht schlecht Ja ich mach keine Ladder Ladder ist nicht gut Ladder Ich mach mal Wasser dann kannst du einfach runterspringen Avota machst Avota Avota Mr. Loba 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 Äh ich glaub Ey dann mach ich einfach so dass man da weiter runter springt Was ist passiert? Oh mein Gott ich bin grad so 40 Broker gefallen in der Schlucht Hallo ich seh grad äh ich glaub das war's mal für die erste Folge Also für die zweite Folge schon Ey komm doch runter komm doch runter das muss man ja auch nicht mehr Du musst du sehen Warte ich brauche hier noch runter Hier ist obsidian Du überlebst sogar glaube ich Alright Warte ich glaub ich mach's Wasser auf Weißt du wo ich mich runter graben hab? Oh hier ist doch Creeper Wo hast du dich runter graben? Hier sind drei Creepers mit mir Ich hab's beide auch hoch gespringt Ja aber ich komm Wurter 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 Ich bin unten Okay das ist nochmal Okay das ist nochmal LOL Ja da bin ich grad runter gefallen Oh man Oh man Schau mal schau mal schau mal Da oben Julian ist eine äh Schokopone von dem Juri Oh man Nein Oh Warte warte ich kann nicht porten Achso okay Das heißt das Wuh Okay das will ich sagen war's für die Folge oder? Das war's für die Folge Vielleicht finden wir nächste Folge äh Dings hier Oh warte Ich hab nie eine von diesen Captive Verbes gespielt Ich find das richtig interessant Ist richtig cool ja Ach Lapis Vielleicht finden wir hier äh Dings Warte mal meine Jazzplay ist irgendwie gar nicht existent Äh So ähm Äh so und so Äh ja wie gesagt lasst ein Like und ein Abo da Jomei Für mehr Minecrafts äh Minecraft Käfig Äh ja die Hose ist egal eigentlich Äh ja lasst ein Abo und ein Like da Für mehr Minecraft Käfig für die dritte Folge Ja da finden wir wahrscheinlich irgendwie äh Diamanten hier vielleicht Oder vielleicht auch nicht Hoffentlich Komm ist ein Creeper Dann kann man das Like ein Abo da und Ciao